Die Verzweiflung steht dem jungen Flak-Helfer ins Gesicht geschrieben. Genau deshalb werden die Bilder des amerikanischen Fotografen John Floria auch heute noch regelmäßig verwendet, um an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Helmut Hofmann aus Hüttenberg-Rechtenbach ist mit den Bildern seit seiner Jugend befasst, seitdem sein Vater ein Foto des jungen Flak-Helfers auf seiner Jugendzeitschrift entdeckte. Mein Vater hat das gesehen und hat dann gesagt, das ist bei uns im Hof entstanden. Ich war da schon sehr überrascht, habe ihn auch gefragt, hast du noch mehr Erinnerungen daran? Und er sagte, ja natürlich, der Junge hat geweint, konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Er saß dann da, stand da manchmal, aber er hat geweint. Und dann kam ein Amerikaner, der Fotograf, wohl zweimal herein, so hat mein Vater erzählt, und hat die Aufnahmen von diesen Jungen gemacht. Auch der Redakteur Michael Breuer erfuhr von der Besonderheit der Fotos. Und weil er zufällig ebenfalls in Hüttenberg wohnt, interessierten ihn die Bilder umso mehr. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses Bild von Hans-Georg Henke in Berlin oder in Magdeburg, so wie es in den Bildunterschriften der entsprechenden Veröffentlichung steht, gemacht worden ist. Und man hat immer den Eindruck gehabt, das ist ganz weit weg irgendwo in Deutschland gemacht worden. Aber niemand wäre im Leben darauf gekommen, dass das hier im kleinen, verträumten Rechtenbach gemacht worden ist. Die Annahme, dass die Bilder im Osten Deutschlands aufgenommen worden sind, auf der Flucht vor der sowjetischen Armee, hat auch der Fotografierte selbst häufig untermauert. Heute kann man ihn dazu leider nicht mehr befragen. Hans-Georg Henke verstarb 1997 an seinem Geburtsort Finsterwalde bei Berlin. Doch für Pfarrer Helmut Hofmann ist die Sachlage mittlerweile glasklar. Der junge Flackhelfer wurde im Hof seines Elternhauses fotografiert, in Hüttenberg-Rechtenbach. Für die Filmaufnahmen nimmt Helmut Hofmann auch die Dachrinne ab. Dann lassen sich die Steine an der Scheunenmauer besser erkennen. Das kann man eindeutig sehen an diesem Stein, der ganz typisch ausgekerbt ist. Und den sieht man hier auf diesem Foto da wieder. Ja, ganz eindeutig. Dann noch einen zweiten. Hier unten, der hat so eine ganz eigentümliche Form. Auch das ist geblieben. Kann man hier auf diesem sehr deutlich sehen. Und der liegt halt unterhalb von der Türangel, die auch eindeutig zu sehen ist. Man kann auch zählen. Dann sind sechs Steine vom Boden aus bis zur Angel, das ist geblieben. Und sechs Steinreihen bis zu diesem Stein hier oben, der so eindeutig ist. Der hier rot markierte Stein untermauert laut Helmut Hofmann die Aussagen seines Vaters. Er belege als ein Beweis, dass die Aufnahmen des verzweifelten Flackhelfers am 29. März 1945 hier gemacht worden seien. In Hüttenberg-Rechtenbach bei Gießen. Die Hofreite hätten die Amerikaner ausgesucht, weil sie rundum geschlossen ist. Und die 20 bis 30 gefangenen deutschen Soldaten nicht hätten fliehen können. Auch für Redakteur Michael Breuer wurden die Widersprüche zu den Aussagen Hans-Georg Henkes im Laufe seiner eigenen Recherchen immer eindeutiger. Vor allem zu einer Dokumentation, die 1988 noch in der DDR gedreht wurde. Erstmal hätte Herr Henke ja erzählen müssen, dass er in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war. In dem Film erzählt er, dass er in russischer Kriegsgefangenschaft war. Er hätte dann der Vollständigkeit halber mindestens dann erzählen müssen, dass er vor seiner russischen Kriegsgefangenschaft in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war. Wie lange, ist egal, aber das hätte eigentlich dazugehört. Und ich glaube, der andere Widerspruch ist, dass einfach er wissen musste, dass dieses Foto entstanden ist. Es sind sieben Aufnahmen gemacht worden. Vielleicht hat der amerikanische Fotograf noch mehr gemacht. Also ich glaube, das merkt man einfach, wenn man fotografiert wird, so offensichtlich. Unbestritten an der Geschichte ist, die Bilder zeigen Hans-Georg Henke. Sie stammen aus der Kamera des amerikanischen Fotografen John Floria. Der war in Diensten des amerikanischen Militärs. Und das hat am 28. und 29. März 1945 die Gebiete bei Wetzlar eingenommen. Untertitelung des Hubertın Untertitelung des Habbi Untertitelung des350 Dennis